Ja, aber wie machst du das? Ist dein Daumen dafür da? Zum Rennen, oder wie? Ein Zeigefinger. Aber was ist, wenn du mal nur rechts hin willst? Dann ist dein Zeigefinger ja auch ein C. Nein, ich muss das ja nur kurz drücken, das C. Achso, ich dachte... äh, dein Shiften ist. Machst du das nicht auch so? Ja. Bei mir macht's halt ganz unkoordiniert mein kleiner Finger, der sich dann einfach über noch eine Taste drüber weht. Aber bitte nicht, danke. Aber ich würde sagen, bitte lass uns nicht, ich muss mal meinen Sack in Reel. wie wir das nicht bekamen, ohne dass ich es ausgesprochen habe. Tudu. Du ist dich, komm mal durch. Heute Morgen? Heute Morgen? Heute was... Morgen was vor? Jacke kaufen. Ja, stimmt. Aber ansonsten nicht, dass ich würd's do. Ah, und zu... ...limitierte Verstecke übrigens. Ah, schön. Oh nein. Danke für nichts. Limitierte Verstecke, und da stehen ja gleich zwei nebeneinander. Ich höre hier eine Maus. Ja, hier ist eine Maus. Da ist mein... ...healing. Da ist ne Tonne, links. Hier ist ne Batterie. Ich gehe rechts oben. Oh mein Gott. D.K. Bei mir hat sich grad alles aufgehangen gehabt. Das war ja mal das ekelhafteste Geräusch. Ich geh außen lang. Alter, wenn das jetzt losgeht. Ich habe noch kein Versteck in den letzten 100 Metern gesehen. Räuschchen. Nein. Scheiße. Scheiße, ja. Absolut. Hier ist vor allem hier ein Versteck, ein Double Versteck. Oh, ich hab ein Versteck gefunden. Ich auch. Und rechts von mir höre ich jemanden. Oh mein Gott. Hier gibt's ja Kombo. Danke, dass du jetzt nochmal für dein Submarino gestern. Gestern? Gestern? Vorgestern? Ich bin jetzt grad in Richtung Schwimmbad. Also, auf der Seite da so. Hm. Oh. Wir spielen Outlast Trials. So im März rausgekommen, wie du das normale Outlast kennst. Verschärfte Variante, Multiplayer und noch Crank am Kopf als die anderen. Guck mal an. Guck mal an. Joa. Setz. Setz. Digga, was ist das für ein bosige Musik? Äh. Gibt's hier eine Kunde? Joa. Okay, tschüss für Info. Ich bin Bein-Schwimmbad. Und da ist der Dicke. Na, fuck. Joa. Bei mir sind zwei Gegner uns. Da wird ja viel zu wenig dem Quartier. Ja, ich bin mir zu wenig. Leben leid. Sehr viele Spiele, zu wenig Zeit. Du kennst das Problem wahrscheinlich auch. Bei uns ist auch einer. Bei mir ist auch einigermaßen. Der blinde Daniel. Au. Joa. Wo warst du jetzt, Daniel? Runden im Keller hab ich's geholt. In the Basement. Ansonsten... hab ich momentan ein Sportverbot. Meine Schulter ist entzündet. Ähm. Kann halt nicht zum Spremen gehen. Kacke Scheiße. Und... Oh, er ist genau bei mir. Scheiße. Joa. Rückenprobleme. Bin mit der Physio gerade. Weil... Er hat jetzt schon gesagt. Meine Hüfte ist halt leichte Schrägstellung. Bla, bla, bla. Und ich muss Mobilitätsübungen machen. Und durch das Sitzen... Ich hab schon ergonomischen Stuhl mir gekauft. Ich hab ökonomisch einen Tisch gekauft. Aber durch das Sitzen und so... In Kombination mit dem Krafttraining ist diese Entzündung in die Schulter gekommen. Und ich sitz halt... Ich bin halt verspannt. Hier komm ich doch nie wieder raus. Mega cool. Genau. Aber ansonsten geht's mir auch gut. Das war gerade richtig... Also ich hatte gerade so eine CNC-Empfe vor meinem Versteck stehen zu sehen. Er springt um meine Tonne rum. Ich komm nicht raus. Soll ich ihn ablenken? Du musst nur irgendwas in eine andere Richtung werfen. Aber er springt genau um meine Tonne rum im Halbkreis. Was ist mit ihm? Was golfen? Ja. Oh! Meine Flasche ist nicht da gelandet, wo sie landen sollte. Sie ist einfach in meinem Raum gelandet. Das ist ja blöd. Ja. Ein bisschen. Ein Schwimmbad ist einer. Was? Da war was. Ne, doch nicht. Zum Basement runter. Die Tür, die man aufbrechen muss. Oh nein, mich hat jemand gesehen. Ist von euch jemand in der Cafeteria? Beim Kochen? Ich hoffe für euch nicht, weil ich da jetzt ganz schnell mein Dings abstelle und mich verpisse. Oh, fuck. Wie viel Säure brauche ich? War es drei noch? Eine war bei Tobi, ne? Ne, ich habe eine vor das Ding hingestellt. Aber ich habe es nicht reingemacht, weil ich verfolge... Also noch zwei. Ja, noch zwei. Also vielleicht ist eine im anderen Seite im Basement. Oh, ohne Genickschmerzen geht es schon noch. Warst du schon außen? Aber zwischen den Schulterblättern verspannt ist. Nicht da, wo der Spielplatz ist, sondern auf der anderen Seite außen? Hast du so ein Problem? Da steht meistens auch immer einer. Ich weiß gerade gar nicht... Meiner hat sich ja im Basement geholt. Huh, ich bin von der Ratte. Ja, und ich meine die andere Seite. Ach, ich bin beim X-Ray-Mann. Da muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Ich bin mir gerade nicht klar. Ich habe ja aber einer gefunden. Was? Einer Säure habe ich noch gefunden. Da, wo ich jetzt gerade bin. Na, wo bist du? Bist du draußen oder drinnen? Drinnen. Er ist auch auf der anderen Seite drüben. Ich bin beim Swimmingpool davor. Neee! Doch, bin ich. Ich gehe mal in die Kapelle schluschern. Warte, bin ich gerade in der Kapelle? Hä, wie kam ich nochmal in die Kapelle? Komme ich gar nicht in die Kapelle? Ah, ich habe die letzte. Okay. Dann komme ich wieder zurück. Hallo. Ich habe nicht gehört. Ich muss mich noch... Oh, hinter mir ist sie, Mann. Glaube ich. Ja, irgendjemand hat mich gesehen. Tobi, bei mir ist noch ein Platz frei. Was sagst du so außer Helldiver 2 gerade, Kombo? Äh... Ich bin jetzt Level 12 oder 13. Ich suche mir erst mal ein Versteck und ich habe keine Ahnung wo. Erst mal muss ich den weglocken. 2019 eine kaputte Bandscheibe im Genick. Hast du die Säure geschafft? Nein, ja, ja, ich glaube, ja. Haben dann die Bandscheiben entfernt und die Tarnengelenkpuffer eingesetzt? Alter. Also ich wusste ja, dass man Tarn... Er kommt nicht mehr hinterher. Also dass man Bandscheiben im Genick hat. Das ist auch gut so. Das kenne ich. Nur drei Herzen insgesamt. War das, wie man die... Doch, jetzt ist er wieder bei mir, aber er verpisst sich. Ich fixe den mal an. Okay, dann ist es ja jetzt nur noch Daniel seine Säure. Okay, spannend. Ich sitz mal mit ihm. Horizon von Binnen West ist der Hammer. Habt ihr auch schon viel davon gehört. Ich habe auch noch einen Meta gekauft, aber damit spiele ich halt auch nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich pack dir ein bisschen frische Luft rein. Das ist immer das Problem, wenn du jung bist, hast du kein Geld, aber Zeit, wenn du... Da blinkt noch, was ist das, eine Ratte? Wenn du arbeiten bist... Wo blinkt man? Wenn du arbeiten bist, hast du Geld, aber keine Zeit. Keine Ratte. The Radius, VR, habe ich glaube ich auch schon mal gesehen. Du müsst alle herkommen. Bei einem Kollegen. Ich habe aber selber gespielt, er ist noch nicht. Ich habe mir schon ein paar Spiele aufgeschrieben, aber ja, gut, ne? Ich möchte gerne auf die andere Seite. Das heißt dann sterben, oder was? Auf die andere Seite. Ne, ne, ich meinte einfach nur, dass ich dann gucken kann. Ah, dann sehe ich die alte aber gar nicht. Scheiße. Aber ich jetzt mal komm. Ich sehe sie auch hier nicht. Okay, let's go raus. Oh mein Gott, hier ist jemand. Trotzdem Zufall. Jetzt wo die alte kommt? Ja. Ich renne einfach. Und die Milch. Hat er den Bär, pass auf. Die hat mich gesehen. Ich habe sie glaube ich durch die Dingens geblendet. Das war gut. Maria, pass auf, pass auf, pass auf. Hier auf, kümmer, hier. Hast du gerade Schaden bekommen? Ne, ich bin drüber gesprungen. Er ist recht. Und ich bin einfach, du kannst sie übelgut dodgen. Alter, ja sorry. Du kannst sie, du kannst sie übelgut dodgen, wenn du, wenn die vorm Schrank stehen und die sehen aber, dass du reingegangen bist, musst du drücken, wenn du im Schrank bist und dann schlagen sie zu. Aber du kriegst keinen Schaden. Warum habe ich denn jetzt vier bekommen? Anstatt eins. Ich habe gar nichts Rotes in meiner Therapiezusammenfassung. Ich habe ein A-. Ja, ich auch. Und ich habe sogar einen Kopfschutz verteilt. Ổin.